Ich bin Jonas von InSafeHands.TV und wir sind heute leider nicht mit einem eigenen Team hier, weil die Krankheitswelle einmal durchgeschlagen ist, aber wir konnten die Band für uns gewinnen, die heute Abend für uns auf den Platz geht. Und ja, InSafeHands ist eine Charity, ist eine gemeinnützige Organisation, die über Sport versucht mit Kindern zu arbeiten. Also über Sport und Bewegung, Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Und es ist ein Feld, was in Deutschland nicht so viel bearbeitet wird und beachtet wird, aber es ist einfach für die Kids und auch für uns als Gesellschaft unheimlich wichtig. Und da setzen wir an und da arbeiten wir. Also wir glauben, dass der Sport das geeignete Medium ist und das aus einem Eigeninteresse und auf der anderen Seite aber auch aus einer wissenschaftlichen Ebene. Also Eigeninteresse deshalb, weil sowohl ich als Gründer als auch mein Mitgründer Andi Lute, der jetzt noch bei Kaiserslautern spielt, einfach aus dem Sport kommen und wir natürlich auch etwas gesucht haben, was nah an uns ist und wo wir authentisch für stehen können. Ich bin Andreas Lute, Spieler beim FCK, seit vielen Jahren Bundesliga-Profi und Gründer der Organisation Inself Hands e.V., die heute Abend Partner des Ganzen ist. Und freundlicherweise sind wir auch Empfänger von Spenden, wenn möglichst viele Elfmeter heute reingehen. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein. Und auf der anderen Seite ist es doch so, wenn du dir wissenschaftliche Studien anguckst, wenn du dir anguckst, wie der Sport über das Rheinmotorische hinaus wirken kann. Und einfach in diesem Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung ein total passendes Tool ist. Und weil diese natürlichen Funktionen, die er halt hat, das Miteinander, das Achtsame mit sich selbst sein, die Emotionen, die aufkommen, einfach gut gelenkt mit einem Konzept für Persönlichkeitsentwicklung ideal ist. Und deswegen haben wir den Sport gewählt. Im Fokus unserer Arbeit steht das Projekt Munterball. Und Munterball ist ein Projekt für Grundschulkinder. Es ist so, dass wir vier Jahre lang mit einer Grundschulkasse arbeiten und vier Jahre lang 90 Minuten jede Woche mit denen in der Halle sind. Und bisher haben wir das immer selber gemacht. Jetzt gerade fahren wir ein Modell, dass wir Lehrkräften unser Konzept an die Hand geben, unser Material, unsere Übungen an die Hand geben und Lehrkräfte das dann in ihrem Sportunterricht umsetzen. Und konkret ist es so, dass wir Sportübungen machen, die vielleicht alle irgendwie aus dem Sportunterricht von früher kennen. Das kann mal ein Parcours sein, das kann natürlich auch ein Wettkampffspiel sein. Und wir geben dem aber noch eine andere Ebene hinzu. Also wir setzen halt dann den Lernschwerpunkt in den sozial-emotionalen Bereich. Und das ist immer super schwer, das so zu erklären. In der Praxis geben wir mal ein Beispiel. Es kann so sein, du machst einen Parcours und du durchläufst nicht nur den Parcours, sondern am Ende hast du die Aufgabe, wie aus Memorykarten ein Gesicht rauszusuchen, was eine bestimmte Emotion zeigt. Und dann musst du Emotionen identifizieren. Und dann lernst du darüber zu sprechen. Und dann lernst du in den nächsten Schritt, wenn du dich so fühlst, wie könntest du reagieren, um dich zum Beispiel von der Wut runterzubringen. Und so setzen wir an und das ist unsere tägliche Arbeit, die wir machen. Bisher sind wir damit vor allem in Bochum und in Herne unterwegs. Das ist unsere Homebase. Da arbeiten wir an vier Schulen jede Woche mit ungefähr 400, 500 Kindern zusammen. Und jetzt gerade fangen wir an, das Projekt deutlich zu erweitern. In dem Sinne, dass wir halt Lehrkräfte schulen, weil da sind wir nicht mehr räumlich beschränkt. Und wir sind da unter anderem in Bremen jetzt aktiv an einer Schule, in Berlin an einer Schule, in NRW noch an weiteren neuen Schulen. Und die Idee ist es aber, das deutschlandweit auszuweiten und zukünftig möglichst flächendeckend umzusetzen. Klar, es ist auch unser Wunsch, hier in die Region zu kommen. Es ist aber so, dass wir jetzt halt anfangen zu skalieren und dabei sehr klaren Weg haben, dass wir vor allem in die Regionen reingehen, die sozioökonomisch belastet sind. Und das gucken wir uns gerade deutschlandweit an. Und wenn das in Trier oder in der Umgebung der Fall ist, dann wäre das eine unserer Zielregionen, wo wir als erstes hingehen wollen. Wenn uns jetzt aber morgen eine Grundschule aus Trier anruft und sagt, habt ihr nicht Bock, unser Ball hier umzusetzen? Dann würden wir natürlich Ja sagen. Also das eine ist das, welchen Weg wir strategisch gehen. Das andere ist aber klar, wenn der Wunsch da ist, dann haben wir da auch Bock drauf. Also wir sind unglaublich glücklich, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Und jetzt stehe ich zwar alleine hier quasi von den Zerments mittlerweile, aber da spreche ich auch für alle. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es natürlich einfach für eine gemeinnützige Organisation total schön, Teil eines solchen Events zu sein und begünstigt zu werden. Dass es dann noch die Nähe zum Fußball hat, sowieso. Aber wenn du dann hier hinkommst und du kommst in die Halle rein und du siehst das alles und du hast selber Fußballblut in dir, dann hast du halt einfach Bock zu spielen. Und das trägt sich so durch das Turnier durch und ich habe das Gemeinnützig total gut organisiert. Es läuft reibungslos und man hat einfach großen Bock hier zu kicken. Und ich glaube, ja, mal gucken, wo das Ganze noch hinführt, auch mit euch und wo wir vielleicht dabei sein dürfen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und schön, dass wir dabei sein durften.